Die Zahl der kritisch kranken Covid-19-Patienten in Südkorea ist erstmals seit 15 Tagen unter 1000 gefallen. Angesichts der sinkenden Zahlen sowohl der kritisch kranken als auch der Neuinfektionen gehen die solchen Kontrollbehörden davon aus, dass sich das Gesundheitssystem einigermaßen erholt habe. Sie wollen jedoch Maßnahmen ausarbeiten, weil die Verbreitung der Omikron-Variante künftig ein Einflussfaktor werden kann. Aufgrund der verschärften Regeln zur sozialen Distanzierung und der dritten Impfung geht es sowohl bei der Zahl der Neuinfektionen als auch bei der Zahl der kritisch kranken Patienten abwärts. Mit Stand 0 Uhr am Dienstag befinden sich 973 Corona-Patienten im kritischen Zustand, damit erstmals seit 15 Tagen weniger als 1000 Menschen. Die Zahl der neuen Infektionsfälle liegt den dritten Tag in Folge im 3000er-Bereich. Verglichen mit einer Woche zuvor schrumpfte die durchschnittliche tägliche Fallzahl um fast 27%. Zudem sinkt der Anteil der älteren Menschen ab 60 Jahre weiterhin. Park Yang, eine für Maßnahmen zur Seucheneindämmung im Gesundheitsministerium zuständige Beamtin, sagte, dass der Anteil der über 60-Jährigen an den Neuinfektionen einmal um die 35% betragen und dass die entsprechende Zahl 1500 übertroffen habe. In dieser Woche sei der Anteil auf etwa 17% gesunken, die Zahl sei in den 500er-Bereich gefallen. Mit der sinkenden Zahl der Patienten und dem Ausbau der Krankenhausbetten gehen die Behörden davon aus, dass sich die Lage mit den Krankenhausbetten beruhigt. Landesweit sind 62,3% der Intensivbetten für Covid-19-Patienten belegt, in der Hauptstadtregion 64%. Die Belegungsquote bei den Betten und in den für die Behandlung von Infektionskrankheiten vorgesehenen Krankenhäusern fiel unter 50%. Seit einer Woche gibt es keinen Patienten, der seit mindestens einem Tag auf ein Krankenhausbett wartet. In einem Pflegekrankenhaus in Gwangju wurde der erste Todesfall aufgrund der Omikron-Infektion in Südkorea gemeldet. Infektionscommonatenden Da Gina Warn In einem Pflegekranken Vielen Dank.